Und weiter geht's bei Laura Croft Go! Alias die kleine Tomb Raider Lady! So... Du gehst runter... Auch... So... So... Perflegt... Oh... Oh! 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 habe ich mich so dämlich angestellt gerade so Schlüssel keine Schlüssel na komm ich will das Bein haben so viele Steine rollen die Steine überall noch eine Waffe so weiß 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 was passiert bei weiß oh leicht und das letzte Stück Lauf Herrungenschaft Tanze Samba mit mir Tanze Samba die ganze Nacht so lala hier passiert uns doch nichts Schlüssel der Geister Herrungenschaft freigeschalten ok gut jetzt kommt die große Schlange und ihr frisst uns auf ich könnte wetten naja perfectly wooa wow wow verdammt Labyrinth der Geister der tiefste Punkt Ach Gott. Wirklich nicht viel. Nein. Ernsthaft. Labyrinth. 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 Oh, oh. Oh, oh. Hm. So. Was? Nein! Labyrinth mit Hebeln! Er wollte mich da verklapsen! Oh Gott! Gott! Ich gehe nach der Seite weiter? Nein! Oh! Oh! Okay! Ich gehe nach dem Türen! Oh Mann! Oh Mann! Boah... Türschwelle der Geister... Eine Fackel... Was kann Lara mit einer Fackel anstellen? Oh... Schlangen vertreiben... Oh... Oh... Okay... Fackel ist cool... Oh... Scheisse... Abläuft... Zack... 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 Hatsch, Hatsch. Ich könnte mal das lösen. Willkommen. Tau, Tau. Oh. Tau, Tau. Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Tau, Tau, Tau. Mensch. Ohne das geht's hier nicht. So. 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 Wenn das schon so anfängt. Das kann doch mal übel werden. Oh Gott, so. Ja, mit einem kleinen Bowser. 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal.